Ich habe, als ich hergekommen bin, über die Ironie nachgedacht, dass ich dieses Jahr gar nicht hier war, in dem Club, und jetzt hier stehe und mich gleich testen lassen werde. Aber es war tatsächlich die günstigste Alternative in meiner Nachbarschaft, deswegen bin ich hier. Und die Idee ist, zu finden locations, in denen man diese Tests offert zu einem größeren Preis ist. Es ist ein guter Weg zu reduzieren den Risiken von anderen Menschen, und ich denke, dass viele Menschen lieber gehen zu einem Platz nebenan, als warten Sie für eine Appointe. Ich habe ein bisschen eine Sore Throat heute, und ich fühle mich, das hat den Prozess so easy gemacht, um zu kommen und zu testen. Ich habe nie gesehen, dass es so easy zu testen ist, in Berlin, es ist immer ziemlich hart. So, ja, ich dachte, ich würde einfach mal kommen und sehen. Tschüss. 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 Tschüss.